Herzlich willkommen zur Veranstaltung LED mit SMT. Bei mir ist Herr Krumm von der Firma Ersa. Hallo Herr Krumm. Was erwarten Sie sich von der heutigen Veranstaltung? Ja, wir wollen Kontakt zum Kunden halten, so ein bisschen auch das Ohr am Markt haben, dass wir wissen, welche Belange bewegen unsere Kunden, in welche Richtung sollen wir uns entwickeln und eben auch ein bisschen zeigen, welche Kompetenzen wir anbieten können, um eben die Produktion und Qualität bei unseren Kunden zu sichern und entsprechend auch zu steigern, wenn der Bedarf existiert. Und welche Vorteile bieten LEDs der Branche? Wir haben natürlich durch die LED erhebliche Platzvorteile bei der Beleuchtung. Auch die Energiedichten sind anders. Also ich muss bei der Entwärmung nicht so viel Energie investieren in Produkte. Ich kann sehr viel interessanter meine Produkte darstellen oder gestalten mit relativ geringem Aufwand. Aber natürlich haben die LEDs auch besondere Ansprüche, wenn es ums Layout geht. Und was ist bei der Herstellung der LEDs besonders zu beachten? Das ist genau der Punkt. Wir haben es heute in den Vorträgen gesehen. Die LEDs haben eigentlich keine Anschlussbeinchen mehr oder ähnliches. Alle neuen Systeme sind komplett frei von Anschlüssen, haben eigentlich nur Pads. Und hier ist eben gerade für den Schablonendruck die Berechnung der Lotvolumina sehr wichtig, um hier eine hohe Qualität von Anfang an produzieren zu können. Und was wünschen Sie sich von der Veranstaltung mitzunehmen? Feedback von den Kunden. Wir haben auch schon sehr gute Gespräche gehabt. Wie wird das gesehen, was wir hier anbieten als Lösung? Wie werden unsere Produkte angenommen? Wie ist der Bedarf eben für Inspektionen? Gehen wir da den richtigen Weg? Das hat sich sehr schön bestätigt in den Gesprächen, die wir jetzt zwischen den Vorträgen hatten. Und auch das Feedback auf dem Vortrag war sehr positiv. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne.